In unseren letzten Videos hatten wir ja schon angefangen, unser Baumhaus zu bauen. Das hat jetzt alles etwas länger gedauert. Eigentlich wollten wir schon letzte Woche damit fertig sein. Bisher kommt man mit unserem Aufzug noch nicht wirklich hoch, weil da irgendwie noch ein Balkon hin muss oder so, wo man dann reinfahren kann. Wir haben gedacht, dass wir den außerdem noch motorisieren, weil bisher war der noch ein bisschen langsam. Oder wir bauen eine Wendeltreppe. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr cooler findet. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Stop. Das obere Stockwerk war mir jetzt nur zur Hälfte geschlossen. Hier vorne kommt dann noch ein Balkon. Okay. Wir werden die anderen das obere Stockwerk weiterbauen, fangen wir hier unten schon mal an zu isolieren. Das ist auch ein bisschen auf. So, jetzt geht es wieder oben weiter und zwar bauen wir aus den Balken hier ein Geländer ganz hoch genug ist natürlich immer noch nicht deswegen wollen wir jetzt hier oben noch ein drittes stockwerk mit dem spitzen dach und der schönen Gaukel drauf Du schaffst das jetzt sind wir noch zwei Kilometer Boah was ein spannender Schuss Also der Dachstuhl ist schon fast fertig wir feiern jetzt hier mal ein schönes Richtfest Echte Dachziegel werden jetzt etwas zu schwer für unser Baumhaus deswegen haben wir jetzt hier diese Dachkappen schenken Und was ist jetzt etwas zu dunkel das ist zwar ganz gemütlich so aber hier oben soll es bisschen heller werden deswegen bauen wir jetzt ganz große Fensterscheiben ein Das ist ein Scooter 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 Ich fix noch weiter oder? Ja, jetzt geht's Ja, jetzt geht's Das geht Das ist ein Scooter Ne, das ist ein Scooter Vielen Dank. Ah, hallo, Erling. Hallo. Hallo. Hier oben hat es doch ein bisschen wenig Platz. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, hier noch mit Auge reinzubauen. Ich glaube, es wird ganz cool. Bisher ist es noch ein bisschen schwierig, da hochzukommen. Deswegen bauen wir jetzt eine Leiter. Viel besser. Die äußere Hille ist jetzt schon mal so gut wie fertig. Hat auch alles ein bisschen länger gedauert, weil wir noch tausend Kleinigkeiten hatten wie diese Leisten hier. Da haben wir an den Fenstern hier jetzt noch so Rahmen gebaut. Das hat auch mega lang gedauert, die ganzen einzelnen Stücke hier zu sägen. Aber ich finde es ist voll schön geworden. Und jetzt müssen wir noch ein paar andere Sachen machen, zum Beispiel den Fußboden. Da brauchen wir noch irgendeinen Belag. Schreibt uns da mal in die Kommentare, was ihr da nehmen würdet. Oder was für eine Farbe, keine Ahnung. Auch sonst, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt zur Einrichtung, wir wollen auch so ein paar Möbel reinbauen, vielleicht einen Tisch, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Unser zweiter Stock ist hier auch schon fast ganz fertig. Ich finde es richtig schön geworden mit diesen großen Fenstern. Einfach ein richtig schöner, heller Raum. Hier kommt dann nochmal eine Tür rein über die ganze Fläche. Ich glaube, wir machen da eine richtig große Glastür rein. Hier hinten geht es jetzt hoch in unseren dritten Stock. Ich finde es der allerschönste geworden. Ich glaube, hier machen wir in unser Schlafzimmer rein. Wenn ihr noch mehr Videos von dem Baumhaus sehen wollt, dann gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Alter! Oh, sch...